Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, ich bin Marcel von der Games und wir spielen weiter Baldur's G3. So, und wir befinden uns hier in der Unterwelt. Und jetzt wollen wir die Unterwelt ein bisschen mehr erforschen. Checken das mal hier ein bisschen ab. So, das Schwert habe ich da mal schon genommen. Genau, dann waren wir da. Da ist der Beobachter, der liegt immer noch da. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier runter. Oh mein Gott. Alle sind verwirrt. Runenbasierten Modus? Nein, wollen wir natürlich nicht. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay, okay. Wie haben wir denn da? Wow. Oh, 125. Oh mein Gott. Okay. So, kommt sie da hin? Ich genüge Bewegungsrate. Okay. Okay. Das war gar nicht so schlecht. So, Schattenherz. Das war tatsächlich auch gar nicht so schlecht. So, jetzt kommt sie. So. Jetzt kommt sie. So, sie kann sich eigentlich dahin bieten. 1 bis 39. Scheiße. Oh mein Gott. Was? Ziel muss ein... Okay. Das geht nicht. Äh. What? Fehlschlag? Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwo hinbiegen kann. Jetzt macht 60. Boah. Der hat es... Die hat es richtig zerfetzt gerade. Was ist das hier? Oh mein Gott. Okay, also wenn das klappt... Alter. So, eigentlich ist das viel jetzt platt. Eigentlich. So, jetzt kommt sie noch. Einmal drauf und tschüss. Boah. Das war... Das war stark. Das war wirklich, wirklich stark. Was ist hier hiding? Okay, totale Rache. Okay, das können wir mal nehmen. Alles andere ist Müll. Ich glaube, die Dinger hier explodieren. Kann das sein? Ja. Das habe ich mir gedacht. Was ist das hier? Das war die Geheimdienste. Okay. Das war die Geheimdienste. Okay, alle da? Oh, was sind die denn? Oh, warte mal, bevor wir da reingehen. Erstmal die ganzen Sporen mal hier platt machen. Okay, so, dann gucken wir mal, wer sind denn die Vögel hier? 42 Ich brauche ein kurzes Wort. You are swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. The harmony of an entire collective. Sovereign, he has come. He is here. The choir fades. A single melody rises above the others. Brassi and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. State your purpose. Okay, um... Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Die Parasite ist quiet. Du fühlst dich nicht mit dem Kreaturen. Die Fungal-Root sind durch deine Gelegenheit. Seht ihr echte Intent. Dann die Sovereign-Drone hat eine neue Melodie. Caution, aber willkommen. Ich kann nicht die Haut, sondern die Gelegenheit. Aber wir können immer noch kommunen. Lass uns mit mir sprechen. Lass uns in Flesh sprechen. Die Musik der Persistent coaktiert dich vor. Die Sovereign erwartet dich. So, wo ist der König denn? Wer ist der hier? Der Händler? Okay. Ist das der König? Könnte sein. Was ist der König? Der Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning Melodie greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dweger, Dark Dwarf's chopping Mykonid remains. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many. But intruders remain. Lakewood. The Sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dweger invaders near Lake's edge. Cleanse the rot. Destroy them. Dweger invaders. We can manage that. Better than picking this fight surely. Deep purple swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear chased by Dweger. The Dweger seek a gnome. It is a guest. The Sovereign says nothing. But you hear appreciation in its song. An illusion comes over you. A Dweger choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. The Sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot and they are yours. You do the circle a service. We will await word. We breathe life into our enemies flesh. The dead make a fine host for my growing children. If I die down here, destroy my corpse. Don't worry. I wouldn't hesitate. You may not. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. Okay. So, der ist hier auch gewacht. So, wir gehen erstmal noch zu dem Händler hier. Zu dem Blurk. Ich bin gespannt, was das für ein Vogel ist. Ahem. Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull. The spores connecting mind to mind. Blurg. Proud member of the Society of Brilliance at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. I observe the fight from a distance. Combat is not my field of expertise. But the Mykonits handle... ...enough. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. It's curious to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Ohhhhhhh. Truly remarkable. But why come to the Underdark, where they hold so much power? You were infected by an illithid tadpole. It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Ormelium! I hope this is important, Blurg. My Zerkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside his head. But he hasn't turned. No Cereomorphosis? That's impossible. But intriguing. Are you looking to have it extracted? Uh... I have broken free from the Elder Brain's yoke. I no longer serve the grand design. I ask that you refrain from violence. While I respect that your opinion of my kind may not change. A collective quest to eliminate the Gith and enslave all other humanoids. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see, what lurks within. How the evil is being, why are you not working on me? That's it. Ah... A good question, let's do that. Let's talk about it. As the melowans mind pierces yours, the tadpole get with power. It feels ten times its size alive. Awake. natürlich nicht von physischen und magischen Influenzen. Und selbst ohne die Schild, die Extraction würde mit einem schweren Kranial Traum geben. Es ist nicht ideal. Der Prozess würde sicherlich töten Sie. Aber nicht zu worry. Wenn Sie sich transformieren, ich werde eine neue Analyse machen. Ein Nautiloy? Faszinierend. Ich habe noch nie auf einen einen selbst. Sie waren unsere Warschips während der größten Ereignisse der Illichid-Empire. Wir regieren die ganze Astral Plaine von ihren Decks. Die Design wurde verloren, wenn die Gith rebelle, und Ende unsere Dominion. Sie sind nicht auf die Githil-Empire. Sie sind nicht auf die Githil-Empire. Sie sind nicht auf die Githil-Empire. Sie sind nicht auf die Zunde, sondern die Githil-Empire. Sie sind nicht auf die Githil-Empire. Sie können auch ganz nach dem Nicht-Schnalzen sein. Sie können auf die Githil-Empire. Sie können in einer Giust-Spionisch entlasten. Both of these mushrooms can be quite dangerous. Temusks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. The Underdark, of course. Although they are quite rare. And their discovery perilous. Hmm. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mystra as a cleric. The Southwest, when I last saw her. Although, her tower does have a tendency to move. She is quite fond of her garden. Lenore has always been a lonely sort. Nature was her only companion. I offered her the chance to join the society. But she refused. Her experiments on Susa Bark took priority. Ähm, okay. May your travels be safe and swift. Okay, so. Hat Erdlion so was zu verkaufen? Come back. Have you made any new discoveries? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. That's new, yeah, man. Hm? Ich glaube, mehr kann ich jetzt tun. Den lassen wir erstmal noch. Oh, was ist das denn hier? Jetzt hängen eine Strahle. Das ist sehr praktisch. Hmm. Okay, ähm, so, dann würde ich sagen, so, ich muss mal kurz auf die Map gucken, wir sind, okay, so, wenn man dahin geht, wir sind da und dann so entlang, dann hier runter, dann da hinten, so, hier, da glaube ich eigentlich gar nichts mehr, aber, so, hier, da try pilot, jetzt sind wir ja, da sind wir, da sind wir, da sind wir, da sind wir, da sind wir. Fleshwalker, Tongue Talker, far you've come. Reach into memory. Tell me of... It cringes in response to your son. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying Mykonid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwegar rot. I mean to join you. Yes. Rest in the Underdark and I will follow. We cleanse the rot together. Cool. Now we have another type here at the start. Hmm. What's that? Okay. I think it might be enough to cover rent. Ich glaube, ich speichere das einmal hier. Okay. Schlossklanken unmöglich. Können wir nichts machen? Dann gehen wir mal weiter. Ja. Ich belege gerade, wo sind wir? Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Okay, ich habe jetzt gerade gerade keinen Plan. Ja, wenn ich da reingekracht wäre, dann wäre er richtig vorbei. Dann wäre er so richtig vorbei. So, jetzt muss ich ja nochmal das hier machen. Ja, ich habe einen Schraub. Was ist das? Diese Blumen? Sie machen meine Blumen so cold wie Eis. Mit Haste. Okay, hier kommen wir glaube ich nicht runter. Wurzel. Ah, warte mal, warte mal, bevor wir da runter gehen. Hackenschrecken, wer ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh hier eigentlich? Okay. Ähm. Zauberwirken ist blockiert. Oh Gott. Krass. Let's end this. Have to keep going. Nein, das war Schattenherz. Oh Mann. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? was ist das? Was? Okay, sehr gut. Alter, was? Oh, der ist gleich platt. Der ist einfach gleich platt. Oh mein Gott. Okay, komm, dann mach du das mal jetzt. Bring es zu Ende. So, ich überlege gerade, es macht das Sinn hier weiter zu gehen. Oder gehen wir nochmal nach oben. Okay, dieses Feld. Ach so, antimagisches Feld, okay. Wir können kein Zauber machen, das ist natürlich echt mega uncool. Okay, jetzt fängt das an zu explodieren alles. Oh mein Gott. Wir sind hier. Nein, wie gehst du denn jetzt hin? Ah, right. As, uh, what were you saying? I was looking for Tereth. She's, she'll be worried sick. I must need to go. For you. Your trouble. Da. Was war das denn gerade? Let's try this way. Ach, das sind nur Kerzen von den Typen, okay. Äh. Das nehmen wir mal mit. Ja. Das, was ist, so ist das. Ich muss mich mal mit. Ich muss mich nach unten zu gehen. Ich kann mich nicht schynamisch. Ich muss mich nach unten verließen. Das ist ja, das ich nicht schrecklich. Das ist, was ich nicht schrecklich. Das ist, was ich nicht schrecklich. ja okay es hier ist tatsächlich gar nichts mehr so wir haben den einen typen gerettet ja 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 Wo ist denn der? Äh Äh Under their noses Okay, Schatten jetzt, äh Kann ich immer nach oben gehen? Du bist On my way Time to strike My path be true Nein, nicht dahin Geh dahin, genau, 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 genau Okay, ich kann nicht zaubern, das ist natürlich echt bisschen sehr blöd 35? Okay Alter Alter Okay, okay, okay Alter Das ist So krass gerade Uh, kann zaubern Wenn ich auf Carla, das wäre nicht so gut Okay Jetzt sind wir noch nicht erreichbar Dann müssen wir noch ein bisschen gehen Auf den Weg Gehen Ich will ascend Ja Ich will ascend werde mich verschwinden Ich gehe Ich bin Du bist Träger Für mich Ja, komm, wir machen immer den hier. Ich komm da nicht dran, das ist echt ein Problem. Okay. Okay, der kann immer noch nichts machen hier. Wow, das Feld war gar nicht so schlecht. Ich will not know failure. Okay. 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 Oh, hier haben wir einen Dings. Eine Abkürzung. Okay, ich würde sagen, das waren wir dann in der nächsten Episode. Oder? Jetzt würde ich gerne mal gucken, woher denn wir waren. Ich nehme etwas Rinde. Ich überlege gerade, wie wir denn gegangen sind. Okay. Also, wir sind hier gestartet. Ähm, nach da und hier runter. So, dann waren die Vögel da. So, dann sind wir hier. Hier. Und hier. Okay, hier unten waren wir auch. Okay. Das hört sich gut an. Ich würde sagen, in der nächsten Episode geht es weiter. In diesem Sinne. Ich danke euch. Hinterlasst gerne ein, aber ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.